Immer wieder anders, immer wieder neu, meine Damen und Herren, wir sind hier am Start bei JustFit, direkt im Mediapark. Neben mir ist sie, Melinda London. Ich kann schon mal eins versprechen, eine tolle Sendung haben wir heute hier produziert. Wir sind nämlich hier kurz vor dem Opening von JustFit und ja, du turnierst auch bei JustFit, richtig? Ja, ganz genau und das war eine sehr coole Sendung, wirklich und ich freue mich schon, wenn ich die sehe am 31.01. Genau, 1.01.21 Uhr, natürlich Frank Böhm ist mit dabei, ganz viele Themen zu JustFit, zu dem neuen Studio. Wir reden über Melinda, wir haben tolle Aufnahmen von der Lambert's Night, ja, 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 man darf also gespannt sein. Nur mal dein Tipp für die Menschen, die was packen wollen im Leben. Äh, keine Ahnung. Power, power, power. Seid cool. Geil, wir sehen uns also am 31.01. auf 21 Uhr.